Hallo, hier ist euer Ruvie. Ich melde mich mal kurz vorab, denn es wurde gewünscht, dass ich die Videos doch einfach mal mit ein bisschen Musik unterlege. Und das will ich jetzt auch mal probieren. Ich bin nicht besonders gut darin, sage ich jetzt mal, Musik zu finden, die auch wirklich zum Gameplay passt. Deshalb habe ich jetzt Musik genommen, die mir zwar gut gefällt, aber meiner Meinung nach nicht hundertprozentig zu Mindjob passt. Sagt mir doch einfach mal, was ihr davon haltet, ob die Musik okay ist, ob ich sie lauter machen soll, leiser machen soll. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, liebe Mindjob-Freunde. Wir haben uns eben extrem gefreut. Da war so ein wirklich sehr junges, wie soll man das nennen, junges Depp. Also der hat sich echt daneben genommen und wir freuen uns gerade, dass er gebannt wurde. Zum Glück ist er uns nicht in die Aufnahme reingeplatzt, sonst hätte ich den Part wahrscheinlich wegschmeißen können. Das reicht ja schon fast an Belästigung rein, was der gemacht hat. Sein Name hat... Okay, das wäre also... Auch niemand ist hochgeflogen? Schade. Hochgegangen heißt das eigentlich ja. Ja, gut, gut. Ist noch irgendjemand anders oben an der Oberfläche? Nein. Also ich nicht, zum Beispiel. Gut. Ich bin noch in der Höhle und mein Inventar ist aber voll. Also ich frag mich, warum ich hier eigentlich noch rumrenne. Ich hab so viel Kupfer dabei... ...eine Fräse. Oh nein. Oh, da kann man doch bloß Kabel draus machen, oder? Nicht nur... Ah! Da ist der laufende Regenbogen. So, jetzt darf ich den Ausgang wiederfinden. So, jetzt darf ich den Ausgang wiederfinden. So, wer wettet mit mir, dass ich den Ausgang nicht finde? Ich hab ihn gefunden und das verwunder ich schon. Ja, ich bin ja aber auch schon... Ich bin noch ein kleines bisschen weiter weg als du. Eiser Meister. Oh, ein Creeper, ein Creeper, ein Creeper. Nein, in der Base, in der Base, in der Base. Ich bin, ich probiere ihn zu töten. Alter, nee, der ist jetzt nicht hinter mir. Ja, ja, eh, du bist nicht so verarschen. Da ist er, Anna. Ich hab ihn, ich hab ihn aber schon dreimal mit dem... Ja, ich hab ihn umgehauen. Ja, und da kommen gleich mal eine Spinne hinterher. Da kommt noch eine Spinne. Ach, bei euch ist Nacht oben? Ja, ja, ist Nacht hier. Nein, weißt du, es kommt noch ein Creeper, glaube ich, eine Spinne. Ne, Creeper rennt ja auch am Tag rum, also. Aber, sehr lange, die so. Ja, ich hab jetzt Schwarzpulver, das bedeutet, ich auch jetzt noch... Ich hab auch Schwarzpulver. So, ich komm dann auch bald mal wieder hoch, also so bald wie es halt geht, dass ich den Weg gefunden hab. Ach nee, das wird geil, das wird richtig geil. Ich komm richtig... Was kommt? Ah, die Pfeile kann ich nicht aufnehmen, gut. Bam, bam. So, jetzt mal gucken, wie gut mein Gedächtnis ist. Man, ihr dürft Wetten abschließen. Ähm... Ähm... Ich hätte... Ähm... Naja... M? Ich würd so sagen... Hm... Lama? Lama. Aber orientier... Daran orientier ich mich. Spuck, Spuck. Ich hab mich die ganze Zeit an diesem Flush da auf dieser Karte orientiert. Also dieser... Big Mutti, ich seh, ich seh deinen Namen. Also... Jaja, du wirst schon irgendwo über mir sein. Ich bin aber... Eis, Eis, Eis! Ich bin unter dir. Ich bin unter dir. Ach so, stimmt. Stimmt, du bist ja gar nicht oben. Ah... Da oben, ja, ich nicht. Dann... Warte, ich seh... Ah ja, ich seh dich, ja. Ja, ja. Also, ich seh... Hä, doch, ich seh euch beide. Lappen ist dort hinten und du bist hier vorne. Ach ne, ich seh nur Kenny. Und ich seh auch. Na, dann kommen wir zu uns. Ähm... Ah, na, das wär witzig, euch zu finden. Hier bin ich vorhin runtergestotzt. Also da unten gibt's nichts mehr, da bin ich runtergestotzt. Hä? Hä, wo bist du denn? Du bist, du bist hier an Haufen Rohstoffen vorbeigelatscht. Ah, ah, was ist das? Ich sehe, was haben ich noch? Ja, wir sneaken, um dich zu ärgern. Wir sind ganz, ganz böse. Alter! Läufe! Jetzt, jetzt fühlt ihr sich ganz allein. Wir müssen uns ja jetzt noch so muten und uns ins Häuschen lachen. Alter! Wir sind hier alleine. Ich hab's nicht an. Ahaha! The user left your channel. Ui, ich seh dich. Ah! Ich kann das Ding nicht abbauen. Ja, ich nicht. Nicht. Komm her, meine Fresse. Alter, dort unten. Woher kommen... Ach, woher die Musketenflüsse kommen? Ja! Alter, mach mich jetzt so hinten. Ich schlag dich gleich mit dem Krieg. Oder mit meinem Eisenschwert, ne? Oh, s**t. Bin da nicht bewegt. Ich bewegt. Ah! Hört auf, euch zu kappeln. Nein! Nein! Ich will nicht. Ich sag nicht, was du dir versprichst. Jemand... So, ich muss das hier mal... Naja, ich... Ich hab voll Spaß. In Zukunft könnt ihr diese... Könnt ihr Schwerter und Spitzhacken so aus diesen... Emeralds so machen. Also aus diesen... Ganzen sehr schönen Aussehenden. Zeug halt. S**t. Ich bin extra gekommen, um dich zu retten. Also lass mich... Jetzt darf ich das wieder auspiepen. Junge! Du hast... Keine Selbstversung, oder? Hahaha. Nö. Das kann mir eigentlich eure Spitzhacken merken. Okay. Tanny und Ruby. Hm. Oder? Ja, ja. Ja, ja. Ich hab Ausgang gefunden. Das ist die tolle Lava, an die ich gerne rein... Oh. Sackgasse. Sackgasse! Sackg... Oh nein. Hast du kein Gedächtnis, oder so? Du musst dich hier irgendwie... Ja, ich dächte an dem Ding... Ja, natürlich. Oh, wirklich. Oh, wildlich hier. Ey, wieso zur Hölle... ... hier aus Kohleerz abgebaut. Verarschen? Was? Das wird jetzt Kohleerz hier abgebaut. So, ich hab noch keine... Wie ist die denn? Ey, keine Wutrankhaltacke. Ah, ich bin da. Ich hab's Kohlen. Wieso zur Hölle habe ich jetzt Kohleerz? Ich glaub ich tu das Kohleerz gleich mal in den Open. Ja. Ja. Ach, ich dachte jetzt zum Brennen. Ich geh jetzt mal... Ich erwarte euch an der Treppe wartet. Ja, ja. Ich erwarte euch an der Treppe wartet. Hä? Oh, ich... Oh, ja. Okay, mach. Abdu. Also ich... Ja, ich hab's gesch... Wer zur Hölle war so intelligent? Egal. Solange es mich nicht umbringt. Ah, hier ist noch was. So, ich kann's für dich mitbringen. Meine Fresse, wer hat denn hier? Oh, hallo. Oh, lass dich anschauen. Du hast auch keine Selbstbeherrschung. Hallo. Oh, wie. Was ist Tanks? Was ist Tanks? Angstenohr steht hier. Ach so. Ach so. Kein Plan. Bist du bescheuert? Willst du mich verarschen? Alter. Was denn? Warum kippst du Lava vor mich? Hab ich gar nicht. Hab ich Lava vor dich gekippt? Nein. Brauchen wir Öl? Ich hab's nicht mehr. Geil, da ist ein Wolf, da ist ein Wolf. Den zähl ich mir gleich mal. Ach, du bist doch wieder oben. Ja, du bist doch wieder draußen. Nein. Nein. Pulver Wurm ist mir weggelaufen. Was? Pulver Wurm? Ah, da, 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 da hinten. Da hinten ist es nicht. Da, 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 da. Da, 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 da. Ah, hinten. Können wir ihn behalten? Nee. Ich muss ihn, können wir ihn behalten? Nee. Ja, ich hab ihn, ja, ich hab ihn gezählt. Oh, wie süß. Darf ich ihn töten? Schaut mal, ich hab einen Hut mit nach Hause gebracht. Darf ich ihn töten? Also. Ach, Leute. Wehe, ihr tötet den Hund. Aber ihr dürft mich auch nicht schlagen. Weil wenn ihn der f*** ist, dann greift der Hund euch an. Alter. Ich bekomm's nicht mal hin, den Zombie zu töten. Na gut, okay. Ich war nicht hingekommen, aber es lässt mir ein bisschen zuhören. Daher, ich glaub... Aber hier ist Öl, oder? Hier ist doch irgendwo Öl. Ja, irgendwo schon. Aber du findest sowas natürlich nicht. Was ist denn? Schwarz oder Cobblestone? Oh, Alter. Wehe, du darfst nie. Okay. Folgt dir... Du Hundi jetzt? Und sprang in die Lava? Hoffentlich. Ich würd mich freuen. Nicht so böse. Fein. Du kriegst ja... Du kriegst ja... Der hat grad einfach noch mal gesagt. Wollte dich drauf hinweisen. Akt ab und sagt dabei noch mal. Dein Mann. Ewig. Ha, jetzt fängst du auch schon wieder an. Für alle, die das für grantig halten. Ich geh einfach mal nicht so... ...verschwenderisch mit meiner Privatsphäre um. Und das ist eigentlich das, was... ...auf die ganzen Wegpunkte... Was machen wir denn jetzt? Ich suche grade Öl. Aber hier ist kein Öl. Ich hab grad einfach keine Arbeit machen sollen. Der ganze schwarze Kackbär. Geht mir auf den Sack. Der hat diesen Kackbär. Geht mir auf den Sack. Man. Ein Kackbär. Ein Kackbär. Ein riesiger schwarzer Kackbär. Wehe, du. Nein, nein, nein. Nicht in die Lava. Nein. Nein. Ich feiere einen. Oh nein. Wer kommt auf die Idee, wenn wir so einen Berg in die Landschaft zu kacken? Wo? Zuckerrohr. Ich muss sagen, wo Zuckerrohr sein, Alter. Da freut sich irgendwas. Zuckerrohr. Ach du liebe Güte, ey. Leute, wieso zur Hölle ist hier kein Zuckerrohr? Ich brauch Zuckerrohr für Blasrohre? Äh, wo? Hast du die Dias? Alter, Leute. Ich hab dich geschworen. Nicht in einer Aufnahme. Ich kann lachen. Kenny, Kenny. Kannst du mal die Dias und deine ganzen Ressourcen in die Ressourcenkiste tun? Mach ich. Was geil ist, wenn man irgendwie einmal ein Schwein mit der Hand schlägt, dann tötet der Wolf einfach. Ah, da ist Zuckerrohr. Geil. Ach so. Äh, Chrissy, du kannst hier mal die Bäume, äh, ja, entdingsen eben. Ent was? Ach so. Guck mal, ich hab jetzt einfach mal ein Blasrohr. Blasrohr, Leute. Ist das cool oder ist das cool eigentlich? Was ist'n das? Er lieb's. Ist das glücklich. Ey, läuft da hinten ein Creep? Was? Ne, da läuft kein Creeper, das bin ich. Ja, hier ist ein Creeper. Kommt ihr aus der Höhle hervorgekrochen. Oh, Alter, wenn der mal einen Hund getötet hätte. Nein, nein, Hund kommt, wir rennt hier weg. Die böse Creeper und Skelette. Ich mag nicht so töten. Echter Einfluss. Oh, du bist ja richtig versorglich. Ja, Hund, du darfst nicht mit diesen bösen Leuten spielen. Ne, ne. Ah, okay, einfach überversorglich. Dass du hier falsch gerätzt, mein Hund. Das ist unheimlich, Chrissy. Das ist unheimlich. Ja, jetzt wird's etwas überversorglich. Wenn ihr später mal Kinder habt, werdet ihr das verstehen. Ja, ich behandle meine Kinder ja aber auch nie wie ein Hund. Das ist ja der Autosid. Das ist ja der Autosid. Ach, mein Süß. Ja, das hast du fein gemacht. Ja, fein. Hier. Aber jetzt gebe ich dir noch so ein Hundeletter wie oder so. Ja, so eine Hundezunge oder wie die Dinger da heißen. Ja, fein gemacht. Ja, ganz fein. Du bist mein großer Junge. Ja, ja, lacht ihr ruhig. Aber wenn ihr Öl, du einfach selber selber Kinder habt... Das Öl! Das Öl! Schönes, schwarzes, dunkles Öl. Das ist so schrecklich. Das ist so schrecklich. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir schließen ihn einfach aus dem Projekt aus oder wir schaffen ihn in die Psychiatrie. Jo, Tani. Ich hab noch nichts besonders Schlimmes gemacht. Alter, da macht er sich einfach aus meiner Rüstung. Ich glaub, ihr könnt nicht mal in die Psychiatrie einweichen. Schaut euch mal diese *** an. Ja, ja, ich glaub auch. Ja, also ich würd sagen, wir schließen ihn ganz aus dem Projekt aus. Hier ist schwarzes Öl. Hier hat jemand flüssig in die Landschaft gekackt. Geil! Das ist... Das ist... Ey, geil, Leute. Schaut euch mal diese... Schwarzes Öl, das ist voll rassistisch. Alter, Leute, ich hab ja grad... Nein. Oh, puh. Du hast dich auf mich gewartet. Ja. Und jetzt hab ich keinen Eimer mit. Willst du mich verarschen mit... Ich geh's bald auf. Ich geh's bald auf. Ich hab... Glaub ich, ich back' ja gerade drin... Ach. Ah, was bent ihr denn? Äh, äh, hä, hää. Der war alt. Alt und nicht mal... Alter, man! Leute? Das teigt nichts. Mir kann man nicht töten oder so. Sag mal. Alter, ich hab grad auch einen richtig fetten Bug. Einen fetten Bug? Jetzt fängst du auch noch mit solchen rassistischen... Alter. Ich mach dich gleich zum fetten Bug, ey. Zum fetten Käfer? Alter, hast du grad die fette Kacke? Nee, also... Mein Hund und ich backen hier die ganze Zeit rum. Ich kann mich hier nicht wegbewegen, Leute. Die backen dort rum. Ja, ganz bestimmt. Nee, wirklich. Komm, komm, es wird Nacht. Wir gehen mal lieber ins Haus, ehe der Verrutsche nach Hause kommt. Nein, ich bin hier wehrlos. Ich bin hier wehrlos. Was soll ich denn machen? Ich kann nichts machen. Also, ich hab Spaß daran, ihn so zu sehen. Bist du euch verarscht? Ey, Junge, du kommst jetzt her. Du hast die Diamanten. Scheiße, machst du mir und helf mir. Ich komm hier nicht weg. Wenn du nicht heil nach Hause kommst, bring ich dich um. Habt ihr denn jetzt verstanden? Ja, wo bist du denn? In welche Richtung bist du gelatscht? Ja, irgendwo bist du. Von unserem Hausausgang aus. Komm, lass dich von mir retten. Ich geh da selber drauf. Aber egal. 505, 345. Das ist mal so. 505, 345. 505, 345. Happygut, Alter, es waktiert. Wenn, wenn ich koppel in die... Oh, Scheibe, ich renne in die falsche Richtung. Aber mein Hund, mein Hund beschützt mich, stimmt's? Kann es sein, dass du schon... Warte. Ja, es ist Nacht. Warte. 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 Nein. Stirbst du gerade? Nein. Ich glaube, ich... Kann es ruhig bleiben. Alter, was ist... 1 kg Haribo Lakritz Stangenintus. Morgen kacke ich mir nen Satz Unterreifen. Ja, genau... Genau so fühle ich mich gerade. Richtig verarzt. Du kackst... Unterreifen? Morgen kacke ich mir nen Satz Unterreifen. Das ist doch so. Wenn man Lakritze gegessen hat... Ja, ja. Ich hab ne Kilo Lakritze gegessen. Morgen kacke ich mir nen Satz Unterreifen. Maaaann. Das Zeug ist einfach so widerlich. Kacke ich bugge hier zu sehen. Eingebaut, sodass mich... ...mit jemand umbringen kann. Aber was ist das für einfach mal für ne Folge? Alter. Ey, diese Folge wird ja... Ich... Ne. Ich kann nicht mehr nen Packet rein. Dieser Sch***hund. Alter, ich würde ihn gerne umbringen oder so. Genau. Doch. Alter, Mann. Ich mach das jetzt. Alter, was ist das für ne Chaos-Folge? Nein, ich hab den Hund mitgeklagen. Ein, ein Hund. Nein, er ist tot. Armes Hund. Maaaann. Scheife, ich renne hier draußen rum und hab äh... ...habe... ...next in meinen Kopf. Äh... Ne, ich wag einfach mal... Oh, mein Hund ist weg! Mein Hund ist weg! Mein Hund ist weg! Ist das jetzt gut oder schlecht? So, weißt du, Paul? Warum bist du? Oh, mein Hund ist weg! Geh nochmal an, mein Hund ist weg! Ich... Oh nein! Ich beende... Ich beende an dieser Aufnahme mal die sehr chaotische Aufnahme. Wir versuchen ihn mal zu retten. Ähm... Ja. Habt ihr noch irgendwas anzufügen? Ja, es kommt grad... Äh... Nö. Ähm... Outletat, ich glaub ich grad gleich wieder mit einem FIFA packen gehen werde. Okay... Dann... Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!